Prägend sind Material und Muster auch für diese Maßschuhe aus Nordhäuser Handarbeit. Die Business-Modelle von Orthopädie-Schuhmacher André Friedrich gehen an Kunden in alle Welt. Wer einmal einen Schuh genau auf sich zugeschnitten getragen hat, will keinen anderen mehr. Wenn man natürlich viel läuft, möchte man einen bequemen Schuh haben. Und es ist so, dass viele meiner Kunden auch sehr viel laufen müssen, dadurch auch wertschätzen, wenn ein guter Schuh am Fuß sitzt. Und natürlich auch dadurch eine bessere Körperhaltung bekommen, ein viel angenehmeres Gefühl beim Gehen auch. Und natürlich auch über die Länge des Tages merken Sie schon, dass mehr Entspannung dabei ist als vergleichsweise mit einem preiswertigen Produkt. Das merkt man schon. Das Geheimnis hinter dem Laufen wie auf Wolken sind Scans der Füße, die als Vorbild für den späteren Leisten dienen. Also es haben ganz viele Leute Probleme mit Füßen. Das wissen die meistens aber gar nicht. Sie sind ursprünglich geschaffen, um durch die Welt zu gehen. Verschiedene Untergründe haben, weiche Untergründe, feste Untergründe. Und dann im Laufe der Zeit ermüdet die Muskulatur durch das Gehen auf diesen harten Beton. Muss man sagen. Und dann kommen die Leute dann zu uns. Wir prüfen das Ganze anhand unserer modernen Technik, die wir haben, unserer 3D-Scans. Wir können das Ganze prüfen, gibt es da Probleme. Und man kann das auch sehr schön sehen an so einem Probeschuh. Wenn man das anhat, da sieht man dann entsprechend tatsächlich, wenn der Schuh zu eng sein sollte, dass es dann entsprechend an dieser Stelle drückt. Und wir können natürlich mit unserer individuellen Fertigung darauf reagieren und können den Schuh dann an der Stelle weitermachen. Und unterstützen gleichzeitig das Gangbild der Menschen. Das Hauptgeschäft des Schuhmachers ist tatsächlich die Orthopädie. In seiner Werkstatt werden auch Schuhe entworfen für Menschen, die aus medizinischen Gründen keine Modelle von der Stange tragen können. Rund 150 Paar Orthopädische auf Rezept und etwa 60 Paar Businessmodelle nach Maß werden pro Jahr gefertigt. Die maßgefertigten Businessmodelle schlagen mit Preisen ab 750 Euro zu Buche.